Wie ist das jetzt aufgebaut? Ich meine, das ist eine relativ große Arbeitsfläche. Was ich sehe? Mit zwei kleinen Elementen. Was steckt dahinter? Wir haben jetzt auf dieser Insel untergebracht den Kochbereich und gleichzeitig auch die Wasserstelle und dazwischen ist eigentlich die Hauptarbeitsfläche, da wo sich das ganze Kochen abspülen soll. Wir haben bei dieser Kochsituation auch den Dunstabzug mit untergebracht. Ach, der ist da? Genau, es saugt direkt in die Platte hinein. Man hat den Kopf frei jetzt und man kann da super kochen. Ist auch ein neuer Trend eigentlich. Das ist ein neuer Trend. Das kommt eh aus Bayern. Also es ist eine bayerische Idee, muss man jetzt auch dazusagen. Sie haben diese Elemente wirklich von anderen Firmen gekauft? Wir kaufen die Geräte zu. Auch den Granit. Da haben wir unseren eigenen Steinmetz, einen österreichischen und alles andere, das wird aus unserer eigenen Produktion gefertigt.